Hallo und herzlich willkommen. Da es auf Extinction keine Griffins gibt, muss ich meinen ersten Ketzal auf eine andere Weise zähmen. Auf der gesamten Map gibt es nur zwei Ketzale. Da ich den 15er schon versehentlich getötet habe, kann ich nicht wählerisch sein und muss den 140er nehmen. Das macht die Sache zwar nicht einfacher, aber hey, wenn es einfach wäre, könnte es deine kleine Schwester auch. Also dann viel Spaß beim Zuschauen. Wie peinlich. Das war nicht mal knapp. Das war nicht mal knapp. Sogar Abdelklaus muss über diese Aktion lachen. Keine Sorge, auch dieses Mal verkackt er es. Habe ich zu viel versprochen? Beideos. 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 Echt steile Lernkurve. Langweicht euch das auch? Na bitte, was hat da jetzt so lange gedauert? Wo? Ich weiß, wie ihr sagt euch das. Ja, was habt ihr? Na bitte, was hat da jetzt so lange gedauert? Na bitte, was hat da jetzt so lange gedauert? In der Zeit die Zeit war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die korrupten Viecher können noch den ganzen Tag versauen. Der Kibler reicht auch nicht. Ja, wo ist denn die Chili-Suppe wieder hin? 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Kleine Meteoritenschauer. Ob das schadet? Da hat der Bengel ja eine ganz schlaue Idee, traut man ihm gar nicht zu. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja ja, wird mal nicht übermütig. Wenn es einer verkacken kann, dann du. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Habt ihr etwas anderes erwartet? Er kann von Glück reden, dass der Quetz nichts abbekommen hat Jetzt freut er sich wie der kleine Prinz, weil er sonst nichts zu Weihnachten bekommt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ihr gesehen habt, ist es ganz leicht, wenn man es gleich richtig macht Wenn es euch gefallen hat, dann denkt an ein Abo und drückt den Daumen hoch Bis bald Bis bald